Hallo Leute und herzlich Willkommen zu UNDERTALE, mit mir LogoFirm6, wir machen einfach mal ein Rechen und wir löschen den Namen, denn mit denen spielen wir ihn nicht mit nennen und es ist Logo, Logo, okay, ist das nicht korrekt, und wir starten kurz den Teil mal neu, jassa und los. Hallo, das sind wir, der Spieler, der Hauptmann ist, ich hab noch raus, das ist gut schon, die Mausmann, die will weg, erntet er. Oh, ich werde das aufhängig vorlesen, natürlich, weil ich kann es ja nicht auf Deutsch versagen. Flowery, die Flower. Hehehe, why do you make me influence myself? It's real to act like you don't know who I am, someone out of teach you proper manners. I guess little you will have to do. Ready? Here we go. See that hurt, that's your soul, the viral culmination of your being. Your soul starts off weak, but can grow strong if you gain a lot of your land, LV. I mean, what's if he stand for? I love, of course. You want some love, don't you? Don't worry, I'll share something with you. Don't worry, I love a share of two. Beetlebyte, fire, unfriendless, pilot. Are you ready? Move around, get as many as you can. Nee. Hey, buddy, you missed them. Let's try again, okay. 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 Is this a joke? Are you a brain dead? Run into the bullets. Okay. Was? You know what's going on here, don't you? You just wanted to see me surfer. Die. 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 Ich bin Taurion, Karateko von Tauros. Ich passe dir auf diesen Ort jeden Tag, um zu sehen, ob alle fallen sind. Ich bin Tauron, wir sind der erste Nummer, um zu kommen, in einem langen Zeitpunkt. Komm, ich will dich durch die Katakons. Diesen Weg. Sehr nett. Ja, ich folg dir. Ich kenn dich zwar nicht, aber ich folg dir einfach mal. Die Shadow of the world Slim Spur will find you with Demetration. Hopp, hier wird es dort. Für schon. Ich bin Tauron, die hier ist mit dem Dauernstammort. Welcome to your new power room. Das Sendmort, allow me to educate you in the operation of Taurons. Taurons are full of pistols. In the same versions between Divisions and Dorcas. One must serve them to perform the truth. Please trust yourself, you decide of them. The macros is here, you move to the trigger service which is not working. I have labored one of the unit of milk. I don't know if I'm supposed to mention it, but I don't know. So let that, I am proud of you. Let us move to the next one. As you were living in the underground monsters may attack you, you will need to be prepared of this situation. However, where we not, the process is simple. When you encounter a monster, you will enter a fight. Why you are in a fight? It's why I got a friend, the corporation. Still for time, I will come to serve the corporation. Picture is talking to the dummy. Okay. Okay. Okay, it's interesting. I have two possibilities. Either I speak with this dummy, or I fight. The other thing I know, there are two endings. The good and the bad. And I will do the bad. But what do we do? The dummy is not fighting. They are fighting. Okay, thank you. Okay, my god. I don't want to want anybody to be. Now. Okay. There is another puzzle in this one. I wonder if you can serve it. Es leckt die gerade ein bisschen Schade, dass ich einen FPS-Pops habe Schade Oh, Kampf Tipp, tipp, tipp Tipp, tipp Tipp! Tipp, tipp Tipp, tipp Tipp! Das ist positiv, aber dass ich diese laisseische pocket. Ich habe meine Hände frei von mir, dass ich etwas besser . Das ist ne pädophile Sau! Oh ne Ziege? Ist es ne Ziege oder was ist es? Hält die Kopf? Das ist genau so. Das ist schwer. Das passt 17 Grad zu dem Typen. Von da, okay. Das ist eine Pädophile Sau. Ihr habt downextensiert das für meine Schilderung. However, I have no difficulty because of you. I would like you to walk to the end of the group by yourself. Forgive me for this. Das ist schon ein Sprung. Das ist ein Tempiegel. Das kann nicht sein. Nein, ich brauche nicht. Das ist super. Ja, dann auf einmal. Dann weiter. Tralalalalala. Tralalala. Tralalalalala. Tralalalalala. Tralalala. Okay. Greetings. My child. Do not worry. I did not leave you. I was merely behind this pillow of the cool time of my boxcraft. Thank you for trusting me. However, there was an important reason for this experiment. To test your independence by Master 10,000 prisoners, and you must stay alone for a while. Please remind you, it's dangerous to explore by yourself. I have an idea. If I give you a selfie, if you have a need for anything, just come on, be good. Alright. Here is an ESEC. If you have 5 minutes left, you can call on. If you have 5 minutes left, you can call on. If you have 5 minutes left, you can call on. Hello, this is Terry. You have not left in the room. Have you? Yes, a few questions. I have to explain. It would be dangerous to try yourself to solve yourself. Here is an ESEC. Click. Ribbit. Ribbit. Excuse me, human. I have some advice for you about battling monsters. If you act them against you, and want to fight and do more, as to fool them, they might not want to battle you. If your monster does not want to fight you, at least use them yourself. Ribbit. Ribbit. I am leaving you with dematuration. I am happy for the missed. I am happy for the missed. I have got a missed. I am happy for the missed. It says take one. Take a piece of candy. You took a piece of candy. We should have to open it. Take one. Take a candy. Du hast noch mehr Candy, wie schrecklich! Take a Candy! Ja! Du hast noch ein Stück von... Du fühlst dich wie das Grum von der Erde. Ja! Du hast zu viel, zu fast. Die Candy sitzt unter dem Boden. Schau an, was du getan hast. Nice! Ich spreche nochmal hier. Ah, wenn sie bei der Demetration blablabla. Oh, im Fight! Schade, es ist Selected. Au! Ah, was geschürzt. Du hast gewonnen, du erledst 2 XP und du warst. So, wir fahren mal runter. Hallo! Das ist... ... 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 Was ist gut? Wait, do not tell me. It is Kinderman. Yes. Hehe. I had a feeling how many moments far down here. Strangely. I often feel like I already was talking about when I was first there. So I felt like I was seeing a boyfriend for the first time. Strange. Is it not a lie? Well, thank you for your isolation. Click here. Hello. This is terrible. You do not dislike Butterscotch. Do you? I know what your preference is, but would you drill up your nose if you found that one you played? Right, right. I understand. Thank you for your being a legend. Wait a way. Click here. We move here. Okay. I have not found any allergies. Do you? Huh? Why am I asking? No reason. No reason at all. Click. Okay. Okay. I have not found any signs yet. I have not found any signs against you. If you know, please give me a warning. I have not found any signs yet. So, this is one of my things that I have to do. I have to do. I have to do. Did you redesign the stairs? Nope. Ah, that's the first thing I have to do. Okay. So, once here. In the fight. Once here. In the fight. Okay. 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 Let's take a look at the next one. So, this is pretty ridiculous. Spätestens ab im videocon patty 4,5 or maybe i will have a new graphics card. Or maybe i will not... I will do the same way, i will move away from the wall. So, you want to try and give me the legs out. This is a little useful for me because i can easily escape. Trotzdem bin ich gerade sehr knapp, um besser angreifen, auf euch zum Sinten erträglich anzuschauen, mein Gott hat es einfach überlebt. So geht es halt ein bisschen schneller. Okay, you won, you won, you won, you won, you won, you won, you won. So, einmal hier, einmal hier. Hm? Wo ist der Partner? We said you could push me around. So you asking me to move you over? Okay, just for you, Pumpkin. Hm? You want me to move somewhere? Alrighty, what was this? That was the wrong direction. Okay, I think I got it. You want me to stay there? You are giving me a real workout. Kein Problem, ich bin ein Freund. So, ich guck mal kurz, wieviel aufgezeig ich noch habe. Ich möchte gerne die Pots auf 20 Minuten begrenzen. Für 5 Minuten abschneute, ich hab Spaß. Das ist noch ein bisschen das Sprechpunkt. So, ah ja, hier kommt auch schon. Tss, 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 are they gone yet? Tss, this ghost keeps saying Z. Out loud, propelledly, pretending to sleep. Move it very fast. Wir kämpfen gegen einen Geist. Tss, 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 tss. Wut, wieviel, ich sprit. Wurde, ich find es, z. Tss, 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 tss. Auch in order it's already. Tss, tss. Um, you do know you can't kill ghosts, right? We are so and I support you, and I was just lowering my feet because I didn't want to repeat it. Sorry, I just made this more awkward. Pretend you beat me. Oh, you won, you lost one experience point. Yes! No, I don't. Ribbit, ribbit. Sign. My friend never listened to me. Whenever I talk, they skipped out my walls by pressing X. That's right. Pressing X. Well, at least you listen to me. Um, let me see. Ribbit, ribbit. I heard using F4 can make you have a full screen. But what does F4 stand for? 4 frogs. I have only seen a maximum of 3 frogs in this room. This is troubling to say it in the least. Ribbit, ribbit. I have heard you are quite merciful for a woman. Thirdly, you know, by nowhere monsters wear a yellow name when you can't spare it. What do you think of that? Very helpful. Very helpful. Is this rather helpful? Remember, sparing is just saying you won't fight. Maybe one day you will have to do it even if their name isn't yellow. Um, let's skip tier 9. Ah, there is an anti-science frog in the crack at the wall. It swathes at you. That's the frog. Nice note. Ha! I can't f- 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 What do I think of that? I can't f- Don't point it at me. Oh. Aua. Let's go for it. Let's go for it. Nice. Oh, that was bad. That's enough. You won. You won. 7 xp and 5 gold. Yeah. Wait. Hello. I just realized that I have lsp in a while since I have cleaned up. I was not expecting to have company with Suzu. There are probably a lot of things lying about here and there. You can't pick them up. But do not carry more than you need. Someday you might see something you really is like. You will want to leave your pockets. Click. So far I know... Was here was? Yep. No. Oh, yes. Here was. We found a fatal weapon. A certain spoken weapon should be. I'll keep it going. Oh no, I think. Here is a fight. Oh, that's the way. On the bottom is the hill and on the bottom I have to go. Leave. Yes. Yes. Part of a Convent's Breakfest Charakter Ich hoffe, das ist ein bisschen Glanzer Und... Right! Wir sind nur noch ganz einfach von Undertale Das heißt, es wird doch noch eine Weile da oben Part of a Convent's Breakfest Du bist tot! Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Ein Gold ist sehr hilfreich Hier gibt es einen Kampf Zack Ah ok, das ist scheiße Den müssen wir auch betönen Warum? Wie irgendwie Wenn er alleine ist, könnte er den eigentlichsten werden Aber... Das interessiert ja überhaupt keinen Du hast einen Spitzel Du hast einen Spitzel Wow, der lebt sogar noch. Sorry, Bro. Wow, der lebt sogar noch. Nice! Irgendwie sind wir wieder einen Liff aufgestiegen, so hier war der Schalt. Und irgendwo war noch ein Kampf. Ich glaube, rechts war das. Wenn ich mich richtig richtig hätte. Ja, ich hätte mich noch richtig. Zack, zack, zack. Dieses Gemüse hier. Ja, ich hätte mich noch richtig. Das ist eine Banane. Das ist eine Kartoffel. Mais. Kartoffeltomate. Gesund! Hilfe! Warte! Warte, das stimmt. Oder ist er tot? Und ich brauche gleich sowas zu speichern. Oh, ich glaube, wir müssen das bei drei Stunden. Nein, nein, okay. Also blau und grünen. So. So. Das war bestimmt blau. We can read this. We can read this. We press the red switch. We can read this. We press the red switch. Versteckt. Ich kann das nicht mehr sehen, aber ich kann das nicht mehr sehen, dass ich das nicht mehr sehen kann. Und jetzt kommt der Kronen, der ist hier. Wenn wir nämlich nicht in der Richtung drücken, wird man wieder zurückgesetzt. So, dann gehen wir ganz kurz hier rechts. Hier rechts gibt es nämlich etwas ganz spezielles für uns, was uns freuen wird. Und zwar ein Messer. You found the toy knife. Ja. Das, was wir brauchen werden. You equipped the toy knife. Und da schieben wir uns nochmal auf die Kronen, die wir noch mit zählen. Und den Stock heben wir auf den Kronen, vielleicht noch viel drauf. So, jetzt müssen wir hier was zuspüllen. Oh dear, der hat jetzt zugelang, dass er halt tot wird. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Das ist ein schwarzer Button. Das ist ein schwarzer Button. Und ich sage tschüss, auf Wiedersehen. Bye, bye. Das ist ein schwarzer Button. Dann gehen wir mal auf die Kronen. Und das ist ein schwarzer Button.